Diese große Chance, die Kopfballgelegenheit für Deutschland, dann die 39. Minute und dann ist es, was jetzt, Mutter mit der verdienten Führung für die deutsche Mannschaft. 1-0 also, der Halbzeitstand zwischen Deutschland und Portugal. Jetzt das Ganze genauso weiterspielen und dann kann das nach 2008 wieder den EM-Titel geben. Also.